Wenn dir jemand eine Frage stellt, wie zum Beispiel, die Hauptstadt der Schweiz ist doch Bern, oder? Und du möchtest sagen ja, kannst du sagen, ja, das stimmt. Ja, da hast du recht. Oder formell, ja, da haben sie recht. Oder du sagst, ja, das ist richtig. Was wir auf Deutsch nicht sagen können, wir können nicht sagen, du bist richtig oder sie sind richtig. Du bist richtig oder sie sind richtig, das ist falsch. Das gleiche gilt auch für nein. Wenn jemand die Frage stellt, die Hauptstadt der Schweiz ist doch Zürich, oder? Kannst du antworten, nein, das stimmt nicht. Nein, das ist falsch. Nein, das ist nicht richtig. Nein, du hast nicht recht. Oder nein, die Hauptstadt ist Bern. Was du nicht sagen kannst, was falsch ist, ist, nein, nein, du bist falsch. Oder formell, nein, sie sind falsch. Du bist falsch, sie sind falsch, das ist falsch. Stimmt nicht.